Hallo auf meinem Kanal, ja, ich spiele jetzt FIFA 15, ne, und ja, ähm, und, ähm, ja, ich hab, ich bin nicht so gut online, ja, ähm, aber, äh, ja, ähm, also ich bin Bayern, ja, ja, und, ähm, und wir spielen jetzt das Pokalspiel, und ja, den suchen wir jetzt mal, ne, das kann man online spielen, wer es noch nicht weiß, ja, und danke für die, ähm, vielen Abonnenten, 4, also, ja, ne, mal gucken, gegen wen wir heute spielen, 4, also, ja, und, ja, und, ja, und, ja, Okay, gefunden, Denn, geht's los, ne, ich glaube das wird hier zwei Folgen weil ich möchte nicht über 15 Minuten aufnehmen dann kostet das was glaube ich und deswegen kommt noch eine Folge vom gleichen Tag und nicht wundern dass das mal abgehakt ist das tut ein bisschen lecken ich bin aus jetzt jetzt damit das ist nicht so viel flüssig schön austrubbeln und rein und rein und rein wie dumm und ihr könnt halt auch in den kommentaren schreiben was ich noch verbessern muss und das erste video ist ja gut angekommen bei euch also sehr viele aufrufe schon und ich mach auch sehr viel von minecraft und ja und fifa spiel ich nicht so oft weil ich versuch grad noch mal so ein mod zu versuchen zu spielen das geht aber bei mir nicht was war das denn grade schlägt grade richtig doll und 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 wenn ich das hinkrieg mit dem livestream spiel der mache ich auch einen ach das kündige ich noch an so wenn ich 10 abonnenten hab Daran. Mein wegen. Eine Blutgrätsche. Ja, wenn es tackt, dann ist es, also manchmal ist es gut, aber manchmal ist es aber auch nicht gut. Da kann man nicht so schnell reagieren, um was die Spieler machen oder so. Deswegen wundert es euch nicht, das ist so. Ja, das war schon mein Beispiel. Achso, er hat vergessen. Ja, und ihr könnt mich auch gerne n, ne? Ich heiße Alaska. Also wer online spielt, ne? Vers 3. Und ihr könnt auch unter die Kommentare schreiben, ähm, was, ähm... was ich so noch spielen soll, kann. Und halt ein Däumchen hoch. Oh. 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 Habt ihr das gesehen? Oh. Das war knapp, ne? Ja. Ja, gut. 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 Nicht gut. Nein. Ach. Gut. Und ich bin auch halt ein Bayern-Fan, ne? Ja, deswegen spiele ich. Und Hansa-Fan, also, ne? ich muss das machen ja das pfeift ja nicht ab flanke flanke und 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 das war so haarknack ich würde sagen ich mache noch so drei minuten dann kommt die nächste pfeife das ist so fies gut abgerallt 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 und da guck mal bis in 1 2 2 2 2 Vielen Dank.